Ich bleib hier draußen. Ähm, es gibt ja auch so Sirup dafür, ne? Also wenn ihr z.B. Ja, aber das mag ich nicht. Man kann das aber sagen, eben gut dosieren, ne? Boah, jetzt blockt die mich auch noch. Ach, es ist der Doktor. Habe ich doch richtig gehört. Ich habe euch alle drei geschockt. Du warst gar nicht bei uns? Ne, ich bin da hinten in der Ecke. Ich habe mir gerade einen Köffer hier geholt. Ich wollte mir eigentlich ein Totem holen, aber hier ist keins. Da ist der Doktor hier. Ist der hier drin von Jen? Ja, den mache ich gerade. In der Ecke. Da sind die. Ja gut, Bindung geht nicht so weit. Wie oft fliegen die scheiß Kräner nicht weg. Wenn du am Jen sitzt, äh, regelmäßig. Das geht mir auch immer voll auf die Nerven. Ja, die landet hier und fliegt sofort wieder weg. Das Problem ist, dass du halt dauerhaft am Welt... Scheiße. Ich habe den Kreis gerade nicht gesehen. Wenn der diesen Perk dabei hat, dass der sieht, wenn so Kränen nach oben gehen, hat der dauerhaft so ein Krachen da, ne? Och, oder wie bei mir jetzt, wenn du verkackt hast, weil der mal wieder überall dumm rum springt. Ich glaube, er war überrascht. Ich aber auch. Ich bin dem aus Versehen voll entgegengelaufen. Der macht ne Bombe, obwohl er hinter uns her ist. Beziehungsweise hinter dir, weil er sehr... Was ist das denn für einer? Ich mache die Bombe nur, damit ich die Leute finde. Paletten zur Seite anstrengen. Hä? Was war das denn? Der hat mich gehauen und ich habe die Palette weit vorher umgehauen. Hä? Das war richtig gecheatet. Ohne Witz. Also, es war kein... Ich habe die Palette extra wegen dem Doktor vorher umgeworfen. Nicht, dass ich ihn stunne. Und er haut mich dann doch durch die Palette durch. Ach, du hast einen Strike. Ne, ich bin abgehauen. Ne, ich bin abgehauen. Ja, er hat gewickelt. Wie ist das eigentlich, wenn du... Strike hast beim Doktor. Äh, ruppelt der dann auch so rum? Oder bleibt der in der Mitte? Was macht der? Ne, der macht... Uhhh, macht er. Der Kreis macht... Uhhh. Nein, der Doktor macht... Uhhh. Jetzt hat er was gefunden. Du meinst, wenn ich runtergewickelt bin, oder was? Ne, ich habe gefragt, wenn du einen Strike hast beim Doktor. Mhm. Ob das dann auch so rumhüpft? Äh, ja klar. Das geht auch irgendwo hin. Also irgendwo, genauso wie die Checks, die normalen Checks. Komm schon, nicht in meine Richtung. Der ist gleich durch. Der ist der letzte Gen. Ja. Und ich bin mir der einzige. Der ist bei mir, aber... Och, die sind da hinten blöd am rumheilen. Ja, geil. Es hat mich einer holt. Die hätte mich lange schon holen können. Was für... Also, ich... Ich habe keinen Tod im Grunde. Ich kann mich nicht heilen. Aber ich habe einen Koffer. Doch, mit dem Koffer kann ich mich heilen. Scheiße, erstmal runter mir her. Ich kann mich nicht holen. Och, er hat den einen genommen. Ja, ich dachte, ich habe den König für euch nur. Ja, er wartet hier bei mir jetzt. Was für ein Arsch, ey. Er erwartet, dass ich sterbe. Was für ein Penner, ey. Ja, sie kann auch nicht zu dir. Sie hängt hier die ganze Zeit hinter dem Ding. Geil. Komm mal von der anderen Seite. Achso, du bist ja mit dem Kreis. Ja, ich liege da. Sie holt dich jetzt. Ey, ist hinter mir her. Was für ein Penner, ey. Boah, ich glaube, er kann mich nicht heilen. Komm, mach das Ding auf. Mach auf. Achso, ja, er kann mich nicht heilen. Scheiße. Er hat den Wahnsinn. Also, ich kann noch aufstehen, ne? Der Strike zählt eh nicht. Dankeschön, dankeschön. Geht ihr raus. Bleibt er jetzt bei dir? Nein, er ist nicht hier. Er kommt wahrscheinlich gleich wieder. Ja. Ja. Okay. Er ist wieder bei mir. Ja. Scheiße. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wo seid ihr? Ja. Das wird nix. Der lässt uns hier aber auch in aller Ruhe. Ja, wenn du nach links gelaufen wärst, dann hätte ich den auch blocken können. Aber du warst irgendwie zu schnell vorbei. Wo ist der Ausgang? Keine Ahnung. Ich muss mich auch noch beruhigen. Super. Ich bin jetzt der Nächste, der hängt. Oder auch nicht. Ich hab den Wahnsinn, okay. Ach, bring den doch nicht zu mir, Mann. Soll ich mich denn beruhigen, wenn die Leute immer mit irgendwelchen Killern zu mir rennen? Oha. Ich hab den Aufgang aufzumachen. Er kommt zu mir. Ne, ne. Das bin ich, die ja kommt. Der hängt den einen doch gerade auf. Das wäre doch gut, wenn er mich gleich nicht kräftet. Komm ich hab deinen Bonus. Ich hab den Bonus. Äh, der eine ist aber frei. Oha. Du hattest nicht heilen? Ach, du bist... Ich hab mich doch gehalten. Ich hatte nur noch eine Kiste noch. Er kommt aber nach hier. Ja, noch nicht. Schaul fährt keine Not. Geh raus, geh aus. Oder? Ja, geht raus. Ja. Ja, er geht auch, ja. Ja, ich wollte mich eigentlich zu Ende heilen lassen, dass ich da vorrennen kann, weil er verletzt war. Aber er hat einen guten Abstand jetzt.